Eine Lehrerin, von der Fäsche nur dazu. Geh wieder mal mit mir, ich muss da was sagen. Ich hab jetzt überhaupt noch Zeit. Ich muss weiter. Au, hast du doch noch weh? Au, was soll ich denn? Ist doch meine Nummer! Ist doch nicht leider! Ich muss weiter, es ist nur... Au! Ich darf so nicht mein Blut. Das macht dich nicht so stark! Ich bin... dein Ende. Ich hab so Angst allein im Wald. Bitte. Na gut. Wer bist denn du Barbara? Aber das muss unter uns bleiben. Das ist unser Geheimnis. Das darfst du niemandem verraten. Versprochen? Versprochen? Ja. Ist ja nicht... Ist ja nicht schon da? Du kannst dir also nichts vormachen. Möchtest du sie? Gerne sie? Die Barbara? Wenn man dort ist, ist man dort! Warum hast du dich denn nicht gewählt, ha? Warum bist du nicht weggekommen, ha? Na, mitgegangen bist. So wie du häkleb hast, hat's dir noch gefallen! Du hast gesagt, wenn ich tue, was du wünschst, passiert mir gar nichts. Das? Das ist doch nicht der Jungsack! Hey! Siehle! Wo siehst du denn da los? Jetzt reizt du mich wieder. Das solltest du doch nicht tun. Das macht für dich alles nur noch viel schlimmer. He, 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 he! Aber du schauchst schon her! Wie geht's dir denn? Wie's mir geht? Ja, wenn's mit Pflanzen oder wie? Ich kriege alle! Und das weißt du! Jede Sekunde, die vergeht! Jeder Atemzug könnte dein letzter sein! Ich will nicht aussehen! Lass mich rein! Wieso bist du denn nicht zur Engelmacherin gegangen, ha? Wieso hast du denn nicht die Stirn reingeschmissen, ha? Was hätte ich da sollen? Du warst ja mein Bub! Mein Gott, da! Fahre einfach so! Und ausreif nicht an den Bayern, die mich behandelt hat für ein Vieh! Dass ich nicht der Luch der Bayern gegeben hab, das war ja leid zu dein Besten! Was wollen Sie jetzt da damit sagen, Herr Pfarrer? Nach der Schule lauert er ihnen auf und zwitscht sie oft, bis sie bluten! Die anderen Kinder denen ihm deswegen den Luch der Teufel! Ja, ja, ich weiß, Herr Pfarrer, aber was meinen Sie denn, wie oft ich den schlagen muss, bis der endlich das tut, was ich ihm sag? Aber das ist die einzige Methode, die der versteht! Und Beste in Menschengestalt! Und du? Du bist ja ungeheuer! Und der Pfarrer! Und der Pfarrer! Ist der Satans selber! Ist das mit Kretung geschlagen, bis ich bald umgeflogen bin! Was hast du bei uns noch nicht mehr lassen? Und die ganzen anderen Sachen, Herr Pfarrer, die Sie mit mir gemacht haben, du hast es ja nicht anders verdient! Ich weiß, ich war kein Engel! Aber da hat es doch noch viel Schlimmere gegeben als mich! In dem ganzen Völkern geboren! Was ist denn mit denen, Herr? Die wirst du alle kennenlernen! Wenn es eine Hölle gibt! So wie vom Wicht! Oh ja, Gnaden! Ich kann mich leider an nichts mehr erinnern! Aber alles, was passiert ist, es tut mir so fruchtbar laut! Wenn nicht meine ganze Kindheit nicht so schlimm... Wenn meine ganze Kindheit nicht so schlimm gewesen wäre, dann... Bla, bla, bla! Guido! Single! Tourist 6! 825! Anno! 9. Hauptstadt! 63! Justiz anstatt! Turi!